Ach cool, krass. Was, wir können doch rein? Wie cool ist das denn? Wow, geil! Okay. Wow. Chaingun, Raketen. Wow, wie geil ist das denn? Bitteschön. Cool. Bam, bam, bam. Wow, das ist doch mal geil, Leute. Boom. Wir haben unendlich Raketen, echt jetzt? Oh, das ist ja schon fast wie Mag-Warrior hier. Oh, ist das schon wieder einer. Wow. Was wollt ihr denn? Stier? Wow, scheiße. Was lädt ihr denn aus mit Raketen? So, tschüss. Ist wie hier durch, ja, ne? Oder hier raus. Hier ist zu. Ah, jetzt geht's weiter. Bam, bam, bam. Scheiß Ding, geh kaputt, ey. 724 Rüstung haben wir noch. Was, muss ich aussteigen, oder was? Hä? Hallo? Ach so, ich muss da hoch. Okay. Oder macht der das? Ah, okay. Ist auf jeden Fall ein Dieselmotor, hört man voll. 5000 PS hier. Oh, geil. Was ist denn das für eine Kamera? Oh, okay. Was? Pass auch niemals alle Leute in das Auto. Was? Was schießt denn hier auf mich noch? Boah, krass. Ich bin doch beschissen eben hier. Oh mein Gott, ich bin gleich kaputt. Was schießt denn hier mit Raketen auf mich? Jetzt werde ich aber langsam sauer. Kann ich auch Rüstung einsammeln? Ah, sehr gut. Ich kann Rüstung einsammeln. Sehr nice. Kann mir mal jemand sagen, dass ich Rüstung vom Boden aufheben kann, wenn ich drüber laufe. Und dann schießt ich schon wieder auf mich. So. Das war's. Coole Sache. Das Auto. Hier. Komm mal. Jetzt ist jemand weg. Ich liebe es, Mike. Ich liebe es zu machen, aber... ... ich hätte unterestimiert... ... die Wichtigkeit von deinem Füß, Herr Mastowitsch. Ich glaube, du solltest. Sag mir. Was ist das? Das Yuchut ist eine ähnliche, mystische Gesellschaft. Für ein Jahrzehnt, wir arbeiten ohne die Sicherheit. Bis zum nächsten Mal. Was machst du? Machst du? Nein, Mama, wir machen nicht. Wir inventen Dinge, Mama. Die Technologie der Entwickler des Yichers... ... ist vor allem, was du gesehen hast oder erwähnt. Und sehr gefährlich. Die Nazis haben unsere Sicherheit gefunden. Sie verraten unsere Geheimnisse. Sie verraten sie, um die Krieg zu gewinnen. ... in der Welt. Alles, was sie gemacht haben. Alles, was gebaut auf unseren Wissen. Aber... ... es war nicht unser einziger Geheimnis. Wir haben hunderte von ihnen, ... in den secreten Plätzen des Weltes. Hunderte. ... in der Welt. 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 Ich weiß, wie ein U-Boot zu bekommen. Aber für mein Plan, um zu arbeiten, ... brauche ich dieses Ding operativ. Kannst du es tun? Ich bin ein DAS-Ziehkod-Ingenieur. Ich kann das auf meinem Schlaf. Gut. Wir brauchen noch weitere Fünfte. Ich werde euch eine Spezifikation für euch vorbereiten. Blazkowicz. ... hjälp ihm zu sein. Ach, nö. Er muss jetzt schon wieder Sachen sammeln, oder was? Boah. Super. Find Welding-Equipment. Toll! Ah, was? Ja, wo denn? Wo soll ich denn das schon wieder finden? Wer bist du denn? Pontus. Ah. Welding-Equipment. Welding... Wahrscheinlich hier irgendwo. Also dieses Sammeln hier in dem Lager, also in diesem Hauptquartier, das geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich ja nicht sagen. Ich hatte mir einfach so ein Scheiß-Schweißgerät gegeben. Ja jetzt hin, Vorsicht. Keine Scheiße labern hinter meinem Rücken. Du schaust mich für Antworten, oder? Hier ist kein Welding-Equipment. Verdammt. Ah doch, hier wird auch was angezeigt. Hallo! Was willst du, Blazkowetsch? Schaut den Welder. Hast du es gesehen? Nein, ich glaube nicht. Oh, warte einen Moment. Nein, du bist richtig, du bist richtig. Ich dachte, ich wollte die Rehlinge von der secreten Fountain-Entrance ausziehen. Weil ich meine Hand in das Wasser fiel. Toll. Ich bin ein bisschen beschäftigt, aber wenn du den Weldinger möchtest, dann gehst du direkt auf die Hände und beginnst zu schwimmen. Ich verarschen halt. Main-Room behind the table, willst du mich verarschen? Welcher Main-Room? Welcher ist denn der Main-Room? Oh, ganz ehrlich, jetzt soll ich tauchen gehen für dieses Scheiß-Ding. Wollt ihr mich verarschen? Ich dresch die gleich alle zusammen hier. Main-Room behind the table. Hier ist der table. Hier ist der table. Wollt ihr dich verarschen? Ja, egal wer du bist oder was du bist. Eigentlich ist. Du und ich, wir müssen einfach den Welt zu fahren und es weitermachen. Und zu verhören alle Nazis? Ja, und zu verhören alle Nazis. Ich werde mit dir trinken und weiss auf Freitag, wenn das Zeit kommt. so alles klar nach jetzt haben wir die waffe also kommen wieder gegner ok wenn wir das ding suchen da ist es doch jetzt keine ahnung wie viel sauerstoff wir eigentlich haben bin ich jetzt hergekommen hier geht es hoch was für ein scheiß ne extra taugen gehen für das scheiß ding wo ist jetzt mein laser ja wie hier ist zu jetzt soll ich wieder ins wasser oder was schlechter scherz jetzt ach guck mal super wie komme ich da hin ach man ey wieso lässt man sich in so blöde missionen einfallen ist doch voll ätzend sowas ey jetzt kann ich wieder ins wasser weißt du leck mich arsch so was soll ich jetzt hin schwimmt der so langsam weil ich die waffe in der hand habe oder was genau hier ging es hoch schön nicht zum kotzen sowas ich hasse umissionen das ist wieder künstlich das spiel in die länge strecken die menschen blöden scheiß mission sammle und schwimme und dann muss ich jetzt irgendwas da oben aktivieren ich habe keinen plan wie ich da hochkommen super doll spitzen mäßig komm geht er hoch jetzt werde ich sauer ey man kriegst das kotzen hier mit dem rumgedrehen ach das ist jetzt zu blöd um da jetzt nochmal hoch zu klettern oder was cool nice kann ich hier das ding aufmachen irgendwie ich glaube wir werden das einfach abschießen können mit dem normalen laser das mache ich jetzt auch gleich jetzt nochmal zurück wow ich bin voll genervt gerade ich hasse was es nervt einfach nur es nervt ja komm schwimmen so kann er denn unter wasser schneller schwimmen als an der oberfläche was das für eine logik naja seht ihr ist doch bewusst denn so ich bin hier raus los schneller ongel franz jetzt kommt schon gleich wieder die drohen naja hallo bin ich denn hier krass colour ich bin hier hier wie Untertitelung des ZDF, 2020